Ich habe eingeschaltet bei Degashek und Zerebezis, die ich beide ehrlich gesagt nicht kannte. Aber zwei Deutsche, die aufeinandertrafen. Ich kann ja mal gerade zumindest bei Topology gucken, welches Gym denen dazu geschrieben wird. Ich habe übrigens auch gehört, dass der Opener, den gibt es sogar gratis auf YouTube. Jacinta Orsten gegen Karolina Wojcik soll ein richtiger Banger gewesen sein. Ich habe ihn noch nicht geschaut. Wie gesagt, ich habe bei diesen beiden Deutschen eingeschaltet. Aus Munich All-Stars Gym und Top Team Bremen. Interessant. Kannte ich beide nicht, so ehrlich bin ich. Aber ja, war ein sehr, sehr schöner Knockout auf jeden Fall von Degashek. Harter linker Haken bringt einen frühen Knockdown, Knockout, sorry, ganz clean ausgeschaltet. Sehr krasses, ich glaube, Octagon-Debüt. Sekunde, das könnte ich an der Stelle auch nochmal kurz schauen. Grüß dich MMA4Fans. Jungwirth Fight ist auch auf YouTube. Ja, interessant. Ja, war sein Debüt. War natürlich eine dominante Vorstellung. Und um Jungwirth zu vermarkten, auf jeden Fall eine gute Sache. Der Nico ist derjenige hinter Defend FC, falls du den kennst, hier auf YouTube. Ja, kenne ich. Ach okay, krass. Also schaue ich gar nicht rein, muss ich sagen. Aber auch eher aus Zeitgründen. Wenn man einen Tag 36 Stunden hätte oder ich irgendein Millionär wäre, der nur auf YouTube rumhängen kann, wenn er Bock drauf hat, würde ich bestimmt den einen oder anderen Defend FC-Kampf gucken. Ich habe mir hier und da mal Gedanken gemacht, wie sieht da die ärztliche Versorgung aus, weil die ja einfach auf so einem Rasen kämpfen. Aber wenn der auch Profi ist, macht er sich da hoffentlich auch Gedanken drüber. Vielleicht schaust du ja regelmäßig Kämpfe. Da wurde ja sicherlich mal jemand irgendwie schwer gecutt oder so. Oder wurde ausgechockt. Und ja, das war immer so ein bisschen mein Gedanke. Aber ich finde es vollkommen legitim, sich da auf einem Rasen zu schlagen, wo einen Bock drauf hat. Also kann ich vor allem viel eher mit Leben als mit King of the Street oder so. Also da mit Asphalt, muss ich sagen, bin ich raus. Ich kann es mir angucken so, aber es reizt mich null. Ich finde es irgendwie ein bisschen fraglich, muss ich einfach sagen. Aber wie gesagt, wenn man sich auf irgendeinem Rasen kloppen will, wenn man Spaß dran hat. Have fun. Ja, Sebastian Heil gegen Montagnac habe ich dann auch gesehen. Übler Kampf für Heil. Ich habe tatsächlich seinen, der kam ja aus einem dreijährigen Comeback und hatte erst einen Kampf seit diesem Comeback. Hier seht ihr M1, 2017 noch gekämpft und dann 2023, krass, Sechsjährigen sogar. Ich habe Dreijährigen im Kopf, aber da geht es um Ruben Wolf. Aus einem sechsjährigen Comeback kam der zurück. Und ich habe tatsächlich, ohne wahrgenommen zu haben, dass es jemand ist, der bei M1 war, seinen Comeback-Kampf live gesehen. GCP-9 war ein Kampf, ein Event, auf dem ein guter Mann gekämpft hat und sein MMA-Debüt gegeben hat. Hier Tyron Pfeiffer, könnt ihr tatsächlich sogar Highlights auf meinem, auf dem Kanal hier schauen. Habe ich live gesehen, diesen Kampf, als da Heil zurückkam, dementsprechend. Wie gesagt, ich habe den nicht wahrgenommen als jemand, der so hochkarätig bereits gekämpft hat. Aber man muss schon sagen, dass der Sprung von GCP zu Octagon ein sehr, sehr großer ist. Also ey, keine Ahnung, ich bin dankbar dafür, dass ich bei GCP filmen konnte und fand auch alle Leute nett, mit denen ich im Zusammenhang damit in Kontakt stand. Aber das war keine allzu professionelle Veranstaltung. Das war eine Turnhalle, in der da gekämpft wurde. Und ja, ey, da gab es auf jeden Fall auch die ein oder andere skurrile Entscheidung, muss ich sagen, was Kampfansetzungen und so angeht. Das war kein, wie gesagt, kein hohes Niveau. Also da ist irgendwie eine NFC oder auch eine GMC-Veranstaltung deutlich professioneller. Und von dort zu Octagon zu wechseln, ist auf jeden Fall ein großer Sprung. Aber Sebastian Heil durfte ihn machen einerseits und hat ihn gewagt. Aber Montagnac mehrfacher, Alter, diese Seite, wieso springt die rum? Ich verstehe es wirklich nicht. Montagnac mehrfacher französischer Sambo-Meister, so wie Europameister im Sambo. Ja, war viel zu viel für Heil. Also hat auch aus der Rechtsauslage gekämpft, vielleicht auch nochmal eine doppelt schwierige Sache. Immer wieder die Linke ins Ziel gebracht. Takedowns von Heil verteidigt. Runde 1 wurde 2x108 gewertet, finde ich berechtigterweise. Regelmäßig viel Schaden gemacht. Heil ganz früh durchgewackelt, in Bedrängnis gebracht. Taff hat der Kerl sich auf jeden Fall sehr verkauft, Sebastian Heil. Ich rede ihn jetzt vermutlich auch im Laufe doch weiter in meiner Analyse eher schlecht. Aber meine ist letztendlich gar nicht so kritisch. Das war trotzdem einfach ein Klassenunterschied. Also in dem Kampf unterlag er ganz deutlich, hat sich aber trotzdem tapfer durch diese drei Runden gekämpft. Also hat halt so ein bisschen einseitig auf Takedowns gehofft und immer wieder Clinches gesucht. Aber es war halt verständlich dadurch, dass er im Stand immer wieder vor den Kopf bekommen hat, dass da wirklich ein Defizit klar gemacht wurde oder ein Klassenunterschied im Stand. Diese Linke hat schwer getroffen. Ich meine, wir reden hier von Light Heavy Worlds. Dass man da sich dann nicht im Stand erhofft, ja, vielleicht läuft es ja jetzt besser und doch nochmal ein Infight läuft, sondern lieber den Clinch sucht. Erhofft, dass man irgendwie am Boden vielleicht uns abmischen findet oder einen Kampf bei Ground and Pound finischen kann. War schon verständlich. Es wurde gegen Ende halt, wie gesagt, so ein bisschen eindeutig. Einseitig so. Und dementsprechend auch einfach vorhersehbarer nochmal für den Franzosen. Ich glaube, er hat nicht einen Takedown geholt, Sebastian Heil. Aber ey, so läuft es halt manchmal. Ja. Ich gucke mal gerade, was noch in den Chat geschrieben wurde. Felix Schifffert wurde auch geschlägen von Nicolas Serpizis. Ja, natürlich, den kennt man auf jeden Fall. Guter Mann. Janu hat bei Defend FC, vor der NFC gekämpft. Auch interessant. King of the Streets-Niveau ist deutlich hochgegangen. Mittlerweile viele Ex-Bellator-Kämpfer dort unterwegs. Ey, mir geht es gar nicht darum, dass es schlechtes Niveau ist. Ich finde häufig, also, was ist häufig? Jetzt tue ich so, als ob ich es regelmäßig geschaut habe. Ein paar Kämpfe kenne ich auf jeden Fall schon. In denen habe ich mir öfter gedacht, ey, das sind auf jeden Fall Leute, die kämpfen können. Mir geht es, mich stört einfach nur dieser Asphalt. Das ist halt einfach so ein für mich unnötiger, zusätzlicher Risikofaktor. Also, für mich ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwer auf den Kopf geslammt wird und tot ist. Vielleicht ist es ja schon passiert und das Video kam dann halt nie raus. Und Hooligans haben dann irgendwie einen Ehrenkodex und verschweigen das, was weiß ich was. Also, mir, Moment, vielleicht das auch noch. Ich habe jetzt gerade gesagt, für mich ist der einzige große Faktor dieser Sicherheitsfaktor. Mich stören schon auch die Gruppierungen, die da teilweise auftreten. Also, Hand aufs Herz, da siehst du halt auch irgendwie Hakenkreuze, die irgendwo tätowiert wurden. Mich da irgendwie mit Nazis zu prügeln, würde mich gar nicht reizen als Sportler mit Ambitionen. Aber unabhängig davon, selbst wenn dann nur irgendwie, was weiß ich, soziale Arbeitsstudenten sind, die halt Spaß im Kampfsport haben, mich fuckt dieser Asphalt ab. Muss ich einfach sagen. Also, das macht, glaube ich, für viele Leute macht den Reiz aus. Boah, krass, das ist real. Schlägereien wie auf der Straße. Aber, ja, keine Ahnung, in mir kribbelt alles, wenn ich höre, wie ein Schädel auf Asphalt aufschlägt. Habe ich leider Gottes auch schon wirklich in der Freizeit, also nicht in der, ja, im Privaten einfach live schon erlebt. Und das ist halt einfach ekelhaft. Das ist halt todesgefährlich. Und, ja, ey, prügelt euch wie bei Defend FC auf dem Acker. Von mir aus sind dann auch irgendwelche Nazis unterwegs. Das sind zwar politisch klar meine Feinde, sage ich mal, aber dann ist es so. Aber allein für diesen Entertainment-Faktor, der ist bei mir einfach krass gehemmt dadurch, dass es da irgendwie durchgehend diesen Faktor Asphalt gibt. Meine persönliche Wahrnehmung. Aber wer sich das geben will, Herr Fanzo, ist krass produziert, muss man sagen. Es hat natürlich auch so einen düsteren Flair, von dem ich verstehe, warum man den Reiz vollfinden kann. Aber ich tue es nicht. Taron Pfeiffer war das Stichwort nächstes Wochenende, das ist die Achtzeit mit dem Showstealer-Kampf gegen Pichacek. Beide ungeschlagen, schaltet ein. Jawohl, einem AFA-Fans, so sieht es aus. Das wird ein guter Kampf, definitiv. Aber wir hatten auf jeden Fall auch noch andere gute Kämpfe auf dieser Bühne. Wahid Najat war am Start. Najant war am Start. Das ist auf jeden Fall, ey, ich würde wirklich sagen, das gruseligste Welterweight bisher im NFC-Roster gewesen. Ich fand auch, da wäre ich jetzt auch zugekommen, dass der hier und da auf jeden Fall so ein bisschen Fight-IQ-Errors hatte. Und dass der definitiv in dem Kampf das erste Mal schlagbarer wirkte. Dass wir, ja, ihn natürlich am Wackeln sehen. Dass der, finde ich, auch häufiger denn je sich überstreckt hat, wenn er seine wilden, aggressiven Finger geschlagen hat. Da wirklich aus der Balance, sich selbst aus der Balance gebracht hat und dann eben doof getroffen werden konnte. Man muss aber auch sagen, ich meine, okay, kann man ihm jetzt erstmal negativ auslegen. Das war ein Lightweight, gegen den du da gekämpft hast hier. Jakubanik, aber es war halt das Nummer 4 Lightweight. Und der sah jetzt auch nicht so krass aus, finde ich körperlich. Aber es hieß, dass der definitiv ein Knockouter ist. Jemand, der ordentlich zuschlägt und diverse Finis geholt hat. Und, ja, ich finde, deswegen, ja, keine Ahnung, wenn man weiß, dass es jemand ist, der wirklich Schlagkraft hat, ist es irgendwie auch jetzt nichts, was man nasant so negativ auslegen sollte, dass er halt mal gewackelt hat. Am Ende des Tages ist er trotzdem jemand, der extrem, also Fighters, Fighters, durch und durch. Das strahlt der Kerl ja im Vorhinein bereits, außer bei im Cage. Der ist wirklich da, um sich zu hauen, hat keine Sorge vor diesen Schlägen, auch wenn er durchgewackelt wurde. Und der ist mir auch in diesem Kampf so ein bisschen zu sorglos in den Infight gegangen. Vor allem angeschlagen. Ich meine, er wurde ja früh runtergestickt. Die erste harte Hand hat er genommen, ist da bereits angeschlagen, schwimmt so ein bisschen. Und trotzdem geht er in den Infight, wo ich mir auch dachte, ey, das ist schon mal so ein bisschen, keine Ahnung, ist jetzt gerade nicht der Veteranen-Move. Natürlich wirst du dafür abgefeiert von Fans und du bringst einen Action-Fight. Und ich bin ein riesiger Charles-Olivera-Fan. Das ist der Inbegriff von Charles-Olivera. Niedergeschlagen werden und dann aggressiv in den Muay Thai-Infight gehen. Spaß macht's von außen, selbstverständlich. Der schlauste Ansatz ist es nicht. Ich fand, dass es hier und da trotzdem auch noch andere Szenen gab, in denen er ein bisschen schlecht aussah. Ich gehe wirklich meine Notizen mal im Detail durch. Letztendlich ist er trotzdem der, der härter wehtut, finde ich. Dieser aggressive Stil hat sich ja trotzdem irgendwie bewährt. Ich meine, er hat gut nachgesetzt, trotzdem in dieser Szene, obwohl er angeschlagen war, sich in den Take-Down gesettet, gerettet und starkes Ground-and-Pound gebracht. Verliert seinen Gegner zwar, nimmt halt auch so ein Knie zum Kopf, mal gut, mal eben. Also, ja, keine Ahnung. Kinn hat er definitiv bewiesen. Und man muss fairerweise sagen, der Kerl ist short notice eingesprungen und hat weiter unten gekämpft, als er sonst tut. Das waren ja 163 Pfund, der kämpft sonst 170. Also, das ist schon auch ein Faktor. Der war nicht im Training, also der ist kurzfristig eingesprungen, hatte keine wirkliche Vorbereitung und hat leichter gekämpft, als er sonst kämpft. Also, muss der harter cutten, als er sonst kämpft, obwohl er short notice eingesprungen ist. Das ist schon auch ein Faktor, den ich, finde ich, bei dem ich betonen würde, dass man den mit berücksichtigen sollte. Ja, er hat halt hier und da wirklich hart für den Take-Down gearbeitet und wenn er am Boden war, finde ich, gelandet. Runde 1 würde ich ihm persönlich trotzdem auch nicht geben. Ich meine, er hat gewackelt, hat dieses Knie auch gefressen, das ich danach noch erwähnt habe. Einmal wurde die Runde trotzdem für ihn gewertet, habe ich nicht so ganz verstanden. Also, er war halt der Aggressor. Ja, es gab so Szenen. Eine Szene, an die ich mich erinnere, war, wie er lange am Cage für den Take-Down arbeitet, Barnik da am Cage fixiert, merkt, okay, es scheint nicht so richtig aussichtsreich zu sein, löst und so zwei, drei sehr, sehr aggressiv geschlagene Haken reinballert und man hatte schon auch das Gefühl, dass auch der definitiv Schlagkraft hat. Also, Barnik war halt ein verdammt taffer Hund, muss man schon auch einfach auf seiner Seite sagen. Ich habe jetzt gerade erwähnt, Nasant war jemand, der Kinn bewiesen hat. Das hat sein Gegner ja definitiv auch. Aber ich finde, ab dann holt eigentlich schon Nasant den Kampf. Also, Runde zwei ging direkt auf beiden Seiten motiviert los. Narnik, Barnik natürlich landet die ersten Hände. Nasant, ja okay, wird erneut runtergeschickt in Runde zwei. Er musste erst mal aus der Guard verteidigen. Genau, und da gab es dann doch immer wieder, ich erinnere mich, Szenen, in denen ich doch dachte, okay, da ist eine Klasse aber auf jeden Fall vorhanden. Also, da hat er eine Sekunde gehabt, um zu einem Leglock zu gehen. Die sind ergriffen und kam dadurch on top. Also, das fand ich zum Beispiel ziemlich stark, obwohl er da erst mal an der Guard war, wie schnell er da ans Bein gewechselt ist und sich on top gearbeitet hat. Auch dann landet er wirklich genau, weil Barnik war es dann ja, der gleichermaßen an einem Bein rumgezerrt hat, weiß Nasant, wann er sicher ist und wann er pounden kann und wann er wie justieren muss. Also, da gab es schon immer wieder kleine Szenen, wo man wirklich gesehen hat, der Afghaner definitiv klasse. Und, ja, so ein paar Fight-IQ-Errors. Wie gesagt, hatte ich erwähnt, Runde 2. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen holprig das parallel durchlese und wiedergebe. Hätte ich mir vermutlich vorbereitend nochmal durchlesen müssen und meine Erinnerungen auffrischen müssen. Spät in Runde 2 gab es die erste Szene, wo ich mir dachte, ja, okay, das war ein Fight-IQ-Error. Nasant hat Barnik am Cage fixiert, klettert so auf den Rücken, will dann über einen Hook, den er so rein arbeitet an den Rücken, fällt aber drüber, hat sich quasi selbst irgendwie, also hat Barnik selbst ermöglicht, dass er ihn über das Bein werfen kann, ihm quasi ermöglicht, ihm ein Bein zu stellen und, ja, landet dadurch, obwohl er gerade der war, der am Drücker war, Barnik am Cage fixiert hatte, an den Rücken wollte, landet er plötzlich unten. Also das war schon so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen übermütig ist, ein bisschen zu sehr einfach, ja, Adrenalin gesteuert kämpft, würde ich vielleicht sagen, aber ich bin mir sicher, es wird so viele Kämpfe geben, wo genau diese Eigenart der Weg zum Sieg ist, weil, ja, ey, der hat da mit der Nummer 4 bei Oktang gekämpft. Bei NFC bin ich mir trotzdem sicher, diese Fight-IQ-Errors wären nicht bestraft worden in der Form. Ob sie überhaupt entstanden wären, ist die andere Art. Ich glaube, der hätte tatsächlich jedem Welterweight bei der NFC große Probleme gemacht. Ich glaube wirklich, Najant ist jemand, der einen Holodenko, ich glaube, tatsächlich auch einen Sendeli schlagen kann. Also ich glaube, der ist bei Oktang gut aufgehoben und lasst den mal ein Fight-Camp machen und sein Team sich wirklich gut auf den Gegner einstellen. Ich glaube, das ist jemand, der auch da noch die Hütte abreißen wird. Wie gesagt, da so ein bisschen zu Adrenalin, ein bisschen überhastet, gearbeitet, ist dann auch im Laufe der Runde im Gesicht ordentlich gezeichnet. Aber ja, auch da, wie er so ein Double-Lag durchpowert und so, den überrennt er wirklich, dieses Lightweight. Gutes Ground-and-Power hinterher, viele kurze Hände, genau. Dann hat er nochmal einen Back-Take und ich, okay, ja, doch trotzdem Knockdown tendiere deswegen irgendwie zu Najant. Also gegen Ende hat er schon richtig aufgedreht nochmal. Aber es war eine enge Runde. Letztendlich wurde zu der Zeit einmal 2018 gegen Verbanek gewertet und zweimal 2019 vermutlich. Heinrich Himpel hatte dann Clemens Werner zu der Zeit einmal 2018 für Verbanek gewertet. Geht in Ordnung durch den Knockdown, der auch in Runde 2 passiert. Aber ich persönlich hätte, hätte trotz Knockdown zu Najant tendiert. Und in Runde 3, ja, gibt es erstmal ein gutes Hin und Her. aber da auch eine schöne Szene mit diesem Possum-Spiel nach dem Bodykick. Barnek tritt so einen Teepkick in die Magengrube von Najant. Der beugt sich überall, als hätte der sich richtig wehgetan. Schielt nach oben, merkt, wann der Gegner nachsetzt und ballert dann Overhands rein, was ein klares Zeichen ist für die Scheine nicht so wehgetan zu haben, wie er da irgendwie vorgegeben hatte. hat aus der Aktion heraus auch noch ein Takedown gelandet. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Frequenz. Und ja, ab dann ist es Najant, der da über Pounding, über Grappling diesen Kampf letztendlich entscheidet. Ich habe erneut einen Fight-A-Q-R mir aufgeschrieben, in meiner Wahrnehmung zumindest. Najant mit etwas Pounding will dann einen Choke durchbringen, aber lässt Barnek dadurch hochkommen. Hand aufs Herz, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Szene. Aber ja, es gab so ein, zwei Momente, in denen Najant schon, wie gesagt, so ein bisschen überhastet gekämpft hat. Ist es der abgeklärteste Hund, der fortlaufend, der fortlaufend ganz oktogen aufräumen wird, glaube ich nicht. Aber ich glaube, der hat die richtige Einstellung, um im Kampfsport ordentlich was zu reißen. Der hat definitiv auch die technische Klasse. Also wie gesagt, hier und da, wie er da zu diesem Leglock übergeht, um dann sich on top zu arbeiten. Das war schon sehr stark. Auch häufig diese ringerischen Momente, da merkst du schon, dass der schon sehr lange trainiert. Im Stand nimmt was und verteilt ordentlich. Ich glaube echt, das ist jemand, der uns noch regelmäßig Spaß machen wird. Und MMA for Fans schreibt auch, ey, mit einem vollen Camp wird er doppelt so gefährlich sein. Denke ich tatsächlich auch. Also, ich gebe ihm Runde 2 und 3. Ich finde es in Ordnung, dass er gewonnen hat. Über Runde 2 kann man sich streiten. Definitiv. Es wäre auch ein Kampf, den Barney hätte bekommen können, ohne dass ich hier irgendwie von der Robbery gesprochen hätte. Aber erneut, der Shotnot ist eingesprungen. Und ja, dementsprechend kann der schon wirklich stolz auf diese Leistung sein. Topalai kann das dann definitiv auch. Der hat mal wieder kurz einen Prozess gemacht vor der heimischen Crowd. Er hatte ja auch richtig Follower-Schaft dabei. Ich hatte auf der Seite ich kenne, glaube ich, kein Lied aus dem Stehgreif, aber hatte den Rapper Dardan und AZ von der KMN-Gang dabei. Also auch, glaube ich, für vor allem die jüngere Generation. Das ist keine Generation Deutschrap mehr, die ich richtig verfolgt habe. Aber für die jüngere Generation ist, glaube ich, vor allem Dardan ein richtig großer Name. Also hat da wirklich, ja, auch Leute mit dabei gehabt, bei denen es wertvoll ist, dass die mal irgendwie eine Instagram-Story machen und sagen, jo, mit unserem Homie Arjan Topalai unterwegs. Ja, wie gesagt, hat er in Stuttgart als jemand, der aus der Region kommt, gekämpft. Und ich würde einfach sagen, kurz einen Prozess gemacht. Also wurde so ein bisschen verzögert. Es gab vorher 20 Minuten Pause. Es war irgendwie ein eigenartiger Moment, weil der Arzt noch nicht zurückkam aus der Pause. Die Kommentatoren, ich habe es auf Englisch gesehen, haben sich Sorgen gemacht, dass Topalai tatsächlich dadurch, dass er jemand ist, der so aggressiv startet, vielleicht irgendwie so ein bisschen den Puls runterfährt und dass es eher dem Gegner liegt, der einen kalkulierteren Kampfansatz haben wird. Aber nein, der ist wild gestartet, wie immer der Kerl aus dem Planet Eater. Super schnell den Gegner in die Defensive gezwängt. Also in die Doppeldeckung, sage ich mal, gezwängt, in den Rückwärtsgang und ein linker Haken bringt den K.O. Der Typ ist for real, würde ich einfach sagen. Wirkt zumindest bisher so, fordert danach. Nafuka oder Dülschka fand ich auf jeden Fall sehr gute Callouts. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wen ihr da lieber sehen wollt. Ich fand es mega lustig, wie er dann einfach zu Pascal Kraus sagt, ich will, dass die Albaner in den Cage kommen, die mich zum Cage begleitet haben. Und Kraus sagt einfach nur, nee, 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 das will ich nicht. Fand ich sehr lustig, die Vorstellung. Also Adrenalin hat auf jeden Fall interessante Forderungen mit sich gebracht, wenn da irgendwie so eine albanische Gang in den Cage gekommen wäre und Ariane Topala abgefeiert hätte, obwohl die Show natürlich weitergehen muss. Den Wunsch hat er nicht erfüllt bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob er Nafuka oder Dülschka bekommt. Seine abschließenden Worte waren zwar letztendlich, das ist mir komplett egal, ich irgendwie sinngemäß besiege hier jeden, aber gute Callouts. Klar kann man jetzt von außen auch sagen, da gibt es doch Tschechen und Stowaken und so. Warum willst du denn ein deutsch-deutsch-Duell? Aber es geht um Storyline. Und ich glaube aus deutscher Sicht, wenn du da halt irgendwie nochmal in Stuttgart oder in Frankfurt oder wo auch immer veranstaltest, dann wird es halt Leute schon auch mehr bocken, wenn dann Nafuka gegen Topala steht oder Topala gegen Dülschka. Es hieß ja, ich erinnere mich dran, als wir über das letzte Oktagon Event gesprochen haben, auch, dass im Raum steht, Oktagon mal im Osten zu veranstalten beziehungsweise, dass es eine Umfrage gab an die Fans, ich glaube, oder ich nehme an, auf der Oktagon Deutschland Instagram-Seite und da am allermeisten Leute gesagt haben, wir wollen Leipzig oder so. Also vielleicht ist ja Topala gegen Dülschka einer der Kämpfe, die so ein Event dann auch nochmal richten. Also hat mich auf jeden Fall gefreut. Checkt vielleicht mal, an der Stelle kann ich gerne mal Werbung machen, die Jungs von Stalemameyab. Da habe ich an dem Jahresrückblick teilgenommen und da hieß es auch, er wäre es euer Newcomer des Jahres und für mich war es Arian Topala bereits im letzten Jahr. Also vier Siege, vier Finishes geholt bei Oktagon und ein mega Debüt gegeben und der Kerl macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Ich bin wirklich gespannt, was noch so bei dem geht. Er ist jetzt nicht das eindruckvollste, körperlich eindrucksvollste Lightweight. Könnt ihr mir vorstellen, dass er physisch hier und da Gegner bekommt, die ihm ordentlich Probleme machen könnten. Ja, aber dafür hat er halt lange Gliedmaßen. Die können auch im Grappling natürlich auch Probleme machen. Die können im Striking definitiv Probleme machen. Er zeigt ja hier, dass er auch mit seinen verhältnismäßig dünneren Armen, also da gibt es halt massigere Lightweights, Leute ausknipsen kann. Also keine so gespannt, ob vielleicht doch das ein Faktor sein könnte, der auch eben mit der Zeit Gegner bringen wird, die ihm Probleme machen. Aber ey, bisher ist der Oktagon Run auf jeden Fall perfekt. Ich bin sehr gespannt, was da noch gehen wird. Peter Sobotta hat er auch gesagt, er soll langsam anfangen. Hat er gekonnt, ignoriert, weil sein Vater da war. Ja, ich glaube, der kann das gar nicht. Ich glaube nicht, dass es in ihm steckt, wirklich. Vielleicht wird es irgendwann einen Gegner geben, bei dem es heißt, ey, bleibt draußen, arbeite viel mit Jabs, lass den nicht kommen, frustriere den, im Rückwärtsgang, vielen Bewegungen sein, nicht in den Infight gehen. Wenn es Leute gibt, die das gar nicht können, ist quasi ausgeschlossen, aus die Weltspitze zu werden. Muss man einfach sagen. mancher muss da auch ein Gameplan, oder ja, es gibt wenige Ausnahmen, okay, aber die allermeisten Leute müssen auch mal plumpen Gameplan runterarbeiten können. Und ja, vielleicht scheitert es auch ein bisschen daran. Es gibt auch einfach zuhitzköpfige Kämpfer, zumindest ab einer bestimmten Klasse. Wären beides gute Kämpfe, glaube aber, es wird ein anderer Kampf. Warum aber? Also warum glaubst du, es wird ein anderer Kampf? Es würde doch... Dürchka hat ja jetzt auch nicht nur gewonnen, soweit ich mich erinnere. Ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich noch so ein bisschen zu populär ist. Ich weiß nicht, ob man Topalai bereits so krass pushen will. Dürchka hat ja richtig Fanbase und tatsächlich bei Octagon, okay, ist er umgeschlagen und seine letzte Niederlage ist lange her, wild. Okay. Okay, ich erinnere mich aber auch an den Octagon 49-Kampf, der war schon auch relativ enger. Da war er in Grappling-Phasenweise so ein bisschen hinten. Ich erinnere mich an Szenen, wie er einen Rücken hergeben musste, in denen in der Position relativ ruhig geblieben ist. Ich glaube, auch in Runde 1 ein bisschen was vor den Kopf bekommen hat. Egal, da bin ich mir unsicher. Aber ja, vielleicht will man Dürchka so ein bisschen anders aufbauen. Aber vor allem nach Fuka könnte ich mir persönlich wirklich gut vorstellen. Der kommt jetzt aus einer Niederlage, ist auch ein junger Kerl, starker Grappler. Topalai wurde auch zu Beginn, glaube ich, eher als Grappler eingeordnet. Könnte ich persönlich mir gut vorstellen. Naja, Ruben Wolf war es dann, glaube ich, der aus drei Jahren Pause zurückkam. Super bitter, dass der diesen Kampf verliert, muss man sagen. Ruben Wolf hat Runde 1 gegen Herzberg deutlich gewonnen. Sah wirklich viel, viel besser aus. Herzberg will hier und da auf den Boden. Schafft es definitiv nicht. Es gab keine Szene, in der ich mir, in der ich das überhaupt als aussichtsreich angesehen habe. und kriegt richtig vor den Kopf. Ruben Wolf deutlich besser geboxt und wie gesagt, die Tagdowns relativ easy verteidigt und es gab eine Szene, in der er so ein bisschen ulkig, sage ich jetzt mal, auftritt, so ein bisschen komisch, unschön, unsauber auftritt und man wusste nicht so ganz, was passiert ist, zumindest ich nicht und er kämpft auch relativ normal weiter, sagt aber dann nach Runde 1, ey, ich habe Probleme mit meinem Knie und beende diesen Kampf. Wir sehen hier Leg Injury. Es waren Knieprobleme, die, soweit ich es zumindest wahrgenommen habe, ohne Fremdeinwirkung aufgetreten sind und jetzt auch nicht so, dass er auch hier nach einer Minute genau fünf Minuten ist jetzt nicht irgendwie auf dem Boden, hat nicht auf dem Boden gelegen und irgendwie schmerzverzerrt die Hallendecke angesehen, sondern einfach gesagt, es geht nicht mehr. Es wird keine Runde 2 geben, als jemand, der wie gesagt Runde 1 ganz, ganz deutlich geholt hat. Bittere Sache. Er weiß, du weißt nicht, was seine Verletzung macht. Nafuka ist verletzt echt. Ich habe seinen Kampf gesehen. Was hat denn der sich nochmal zugezogen? Und du sagst, mein Bild leckt, weil es ist ja schon in erster Linie einen Podcast, muss man sagen. Klar, wir quatschen hier. Ich teile jetzt inzwischen so ein bisschen meinen Bildschirm, damit wir grob wissen, bei welchem Kampf ich bin. Aber in erster Linie geht es darum, was ich hier erzähle und das klappt bei euch. Oder kommen die Lags auch im Ton? Gerade habe ich einfach gestockt, aber ihr habt nie irgendwie ein Wort, das abgehakt ist oder so. Oder? Ja, dann keine Ahnung. Sehr ärgerlich. Wirklich. Ich lasse mir jetzt davon trotzdem nicht die Laune verderben. sind, glaube ich, Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Es gibt kein Gerät in meinem Haushalt, das aktuell noch Bandbreite zieht. Auch meine Freundin, die gerne noch irgendwie Sonntagabend so ein bisschen Netflix schaut, wird immer gezwungen dazu, sich die Folgen runterzuladen. Nutzt gerade kein Internet. Dementsprechend sind es Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Wir gehen jetzt hier einfach weiter durch. Danke auf jeden Fall trotzdem für das Feedback, auch wenn es jetzt hier zu einer holprigen Pause geführt hat. Aber wie gesagt, es geht ja letztendlich um das, was ich erzähle. Der Ton scheint in Ordnung zu sein, das ist das Wichtigste. Und ja, Ruben Wolf, wie gesagt, bei dem Kampf waren wir gerade, in dem achten Kampf, hat deutlich besser gekämpft, dann ungünstig durch eine Verletzung verloren. Und wir hatten einen für mich interessanten Kampf, Jamie Cordero gegen Dominic Schober. Ich kenne Dominic Schober auf jeden Fall schon so ein bisschen länger, dadurch, dass ich mich relativ früh mit den Mixed Martial Monkeys beschäftigt habe. Also nicht persönlich, sondern ja, habe den auf dem Schirm und hier und da auch immer so gefragt. Ich hatte mal mit Markus, dem Kerl, der den Kanal betreibt, dem Ringer-Coach, dem ehemaligen von Rakic, der da eben viel arbeitet, immer so gefragt, wer für ihn so die vielversprechendsten Leute sind aus dem eigenen Gym. Und er hat Dominic in dem Zusammenhang erwähnt, dass er halt meinte, der ist der größte Fighters Fighter. Das ist ein Kerl, der hat so Box sich zu hauen, der ist jemand, dem kannst du anbieten. In zwei Wochen eine Gewichtsklasse weiter oben und keine Ahnung, stilistisch wird es ein harter Kerl und der sagt, ja, hauptsache ich kann kämpfen, geil, bin dabei so. Das ist ein Typ, der wirklich Spaß hat am Kampfsport und ja, relativ lange schon im Team Renegade trainiert, also im Team in Birmingham um ja, Leon Edwards und so herum und hat lange nicht gekämpft, dachte ich. Ich sehe aber doch, im November 23. hat er einen Kampf, den habe ich nicht gesehen gegen Andreas Gustafsson bei FCR. Eigentlich war er relativ aktiv. Okay, er hat lange nirgendwo gekämpft, wo ich das auf dem Schirm hatte. Dann sollte ich mich insoweit korrigieren, aber ich habe ihn nie gesehen, seit er in dieses Gym gewechselt ist und dachte schon, okay, der wird sicherlich von den ganzen Leuten da profitieren und habe mir vorgestellt, auf jeden Fall, dass er noch mal aggressiver in diesen Kampf geht, als, also vor allem mit den Worten im Hinterkopf, das ist so ein Fightersweiter, der hat Spaß daran, sich zu ballern, das ist jemand, der für jeden Kampf zu haben ist und ja, Jamie Codero war auf jeden Fall technisch der bessere Mann, der im Früh absolut keinen Respekt zeigt, habt ihr ja alle gesehen, also zumindest die Leute, die das Event gesehen haben, hängende Hände, ja, mit hängenden Händen gekämpft, gegen ihn da wirklich respektlos, würde ich wirklich sagen, gekämpft und das meine ich, weniger kritisch, also weniger negativ wertend, als es glaube ich gemeint ist, er hat ihm halt wirklich keinen Respekt gezeigt, ihm klar gesagt, ich mache mir auch keine Sorgen davon, dass du mich triffst, tief hängende Hände bringen natürlich auch so ein bisschen so eine Unausrechenbarkeit mit sich, also du siehst Hände, die von weit unten kommen, viel schlechter auf dich zufliegen, als welche, die auf der gleichen Augenhöhe eben auch ihren Weg starten, sage ich mal, also das bringt unabhängig davon, dass es natürlich nach außen hin sehr eindrucksvoll wirkt, wenn da jemand ohne richtige Deckung kämpft, bringt es definitiv auch Vorteile, wenn es darum geht, eigene Treffer zu setzen und Dominik Schober hatte richtig Probleme damit, ich fand, er hat deutlich zu wenige Kombinationen geschlagen, hat ganz viele Einzelaktionen gebracht, Schober, die halt ausrechenbar für Codero waren, also dadurch, dass es Einzelaktionen waren, waren sie ausrechenbarer, wurde hier und da auch einfach hart getroffen, muss man sagen, ich glaube, es hat ihn auch fortlaufend zweifeln lassen, ob er wirklich noch so kopflos in den Infight gehen sollte, aber ich hätte mir erhofft, dass Schober mit der Zeit einfach dann auch mal drei, vier, fünf Hände schlägt, Hauptsache, irgendeiner trifft, auch wenn es die fünfte ist, irgendwann zwänge ich dir einfach meine Power auf, das hat er mir so ein bisschen zu wenig gemacht, aber ey, Codero hat auch gute Might-Bewegungen gezeigt und was halt dann vor allem, glaube ich, Schober mental so ein bisschen nicht gebrochen hat, aber verunsichert hat, war, dass er hier und da halt geschutet ist, Codero es immer verteidigen konnte und den daraus resultierenden Klinsch dann selbst kontrolliert hat, also, ich glaube, das ist meine kurze Zusammenfassung dieses Kampfes, Codero wirklich ein Klassenunterschied aufgezeigt, ganz, ganz eindeutiger Sieg, meinte er, glaubt, er hätte sich die Hand gebrochen, das sei so ein bisschen ausschlaggebend, dass, wenn es darum geht, wann er zurückkommt, hat er keinen Namen genannt, obwohl er relativ klar gefragt wurde, aber Schober auf jeden Fall hat er sehr eindrucksvoll aus dem Weg geholt und, ja, wie gesagt, vor allem im Stand Klassenunterschied aufgezeigt. Jamies technisch der bessere Fight, der hatte er mir erzählt, er war auf alles vorbereitet, Schober war eine gute Spur, langsamer Headmuth war fast nicht da, ja, ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung, für mich, wie gesagt, viel zu wenige Kombinationen gebracht, du kannst technisch ein bisschen unterliegen, klar, schlechte Vorzeichen, schlechte Grundbedingungen, um den Kampf zu gewinnen, aber hier und da ist es trotzdem möglich, keine Ahnung, wir haben eben gegen Hebers, gegen Rose nochmal Jonas gesprochen, Rose war die technisch bessere Strikerin, aber es gab Phasen, in denen trotzdem Hebers Erfolge gefeiert hat, mal ihre harten Haken gelandet hat, also das muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass du im Stand auch gar kein Land siehst, aber wenn du vor einem technisch besseren Striker stehst und dann Einzelaktionen größtenteils bringst, dann wird es halt wirklich schwierig, das war für mich so die größte Kritik am Österreicher, hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, dass er zumindest eine Runde 3 dann einfach sagt, ey, ich bin ein Fighters Fighter, so wurde er zumindest beschrieben und ich glaube, so eine Selbstwahrnehmung hat er auch, es gab so einen Trailer, gibt es ja regelmäßig vor diesen Kämpfen, auch da meinte er, ich bin bereit, auf jeden Fall hier durch Feuer zu laufen, mich musst du aus diesem Kampf rausholen und ja, für eine Karriere bei Octagon, ich weiß gar nicht, was deine Wortwahl war, bin ich irgendwie bereit, Opfer zu bringen oder irgendwie sowas hatte er gesagt und ja, das hat er für mich leider nicht ganz in den Cage getragen, da hätte ich mir so ein bisschen mehr erhofft. Ja, Niklas Stolze gegen Kertech ist dann eigentlich ein Kampf, den ich gerne skippen würde, für mich, der Kämpfer auf jeden Fall auf der Karte, für den ich am meisten mitgerootet habe, ich habe Niklas oder Tuz nach wie vor eine große Karriere auf jeden Fall bei Octagon gewünscht, das fände ich ein schönes, schönes Comeback nach dem UFC-Rauswurf, dann bei Octagon irgendwie einen Titel tragen oder so, er hat gut gekämpft, definitiv, gute Kaffi ganz früh gebracht, die von Kertech gut geblockt, wurde am Cage zwar kurz fixiert, aber konnte die Position reversen, den Takedown verteidigen, landet die besseren Hände meiner Meinung nach, macht's gut, MMA for Fans, willst du dir das mit Niklas auch nicht anhören, letztendlich dann doch von Kertech zu Boden geholt worden, als er schön mit einer rechten Hand das Ziel trifft und dann zu einem Takedown übergeht, also dadurch, ja, die Hände von Niklas nach oben gezerrt, quasi die deckenden Hände dann dementsprechend und den Takedown daraus geholt, aber Stolze kam hoch, hat zwar im Stand seinen Rücken hergegeben, aber dann auch mit so einer Art, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt einmal Pulzelbaum, die Position für sich verbessert, konnte darüber seine Guard aufbauen durch diesen Wechsel auf den Boden, aktive Hüfte, kein allzu schweres Ground and Pound abbekommen, aber Runde 1 schon trotzdem abgegeben, haben auch alle Judges so gesehen und Runde 2, ey, keine Ahnung, ich, mein erster Gedanke war, bevor ich jetzt irgendwie Szene für Sünde durchspreche, dass Niklas vielleicht nicht allzu mutig in die Submissions hätte gehen sollen, gab halt diverse Szenen, was war es, da eine Guillotine, in die er gesprungen ist, eine Kimura hat er gesucht, aber die wirkten alle aussichtsreich und ey, in so einem A-Cage, da herrscht Chaos, da herrscht Chaos, einen zu kalkulierten Ansatz wählst, dann bist du vermutlich auch nicht ganz richtig darin aufgehoben, Möglichkeiten nutzen ist die Sache, die Kämpfer natürlich auch entscheidet, die Guillotine war eine stark, war eine, also war eine aussichtsreiche, das Kinn, der Arm war kurz unter dem Kinn, dass er da reinjumpt, vollkommen fair, die Kimura bringt da fast durch, aber ja, letztendlich war die Guillotine halt der Grund, warum er mit Kerzisch zu Boden gegangen ist, die Kimura wurde eng, aber er hat sie nicht durchgebracht, hat dann nochmal kurz eine Armbahn gesucht, wurde dabei halt gepoundert, noch eine Kimura, dann doch wieder ein Triangle, also da gab es natürlich auch so ein paar Passwort Missions, die so ein bisschen vergeblicher waren oder vergebliche Aussagen, nicht ganz so aussichtreich, aber er war sehr, sehr aktiv am Boden und wie gesagt, eins, zwei, Gelegenheiten waren definitiv aussichtreicher, letztendlich finde ich, oder kann man rückblickend neunmal klug sagen, wenn man den Kampf halt bereits kennt und den Kampfausgang, den Kampferlauf, dass das vermutlich die Momente waren, die ihm den Kampf gekostet haben, aber, ey, wie gesagt, das waren eigentlich aussichtreiche Momente und die Chancen musst du halt auch irgendwie nutzen, letztendlich finde ich, ja, Kettisch scrambelte an den Rücken und greifte auch aus einem sehr ungewöhnlichen Winkel finde ich, diesen Dre-Naked-Choke, aber man muss ihn halt auch lassen, sehr stark gemacht, aus der Guillotine rausgekommen, die Kimura bestanden, richtig raus, sich rausbewegt, den Winkel so verändert, dass der Arm nicht, dass die Schulter nicht durchgebogen werden konnte, keine Ahnung, was soll man da sonst anderes sagen, ey, super bittere Niederlage, Niklas hat auch Statement bereits abgegeben, in dem er auf jeden Fall meinte, das ist nicht das Ende, ich werde stärker zurückkommen, ich hatte eine kleine Passage irgendwie nicht so ganz verstanden, aber, ja, wird er sicherlich bei Gelegenheit erklären, er schreibt, kann ich einfach mal vorlesen, wo ist es denn, Worte zu finden wird jetzt leider nicht so einfach, deswegen mache ich es kurz, ich habe mich gut gefühlt und habe gut trainiert und alles gemacht, was ich machen kann, um diesen Fight erfolgreich zu bestreiten, leider habe ich wieder so einen dummen und brachial schwerwiegenden Fehler gemacht, dass ich mir heute einfach nur die Decke über den Kopf ziehen will, das glaube ich definitiv, schwerwiegender Fehler, ich frage mich, auf welchen einen er da geht, vermutlich war es dann die Guillotine oder halt, dass er nicht kommen sieht, dass er seinen Nacken hergibt, ja, hartes Urteil, aber ey, so ist man als verbissener Wettkampfsportler, ich habe groß gesprochen vor dem Kampf, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und dieses Ziel werde ich weiter verfolgen, ich bin jetzt 31 und habe etliche Kämpfe auf meinem Rücken und dann schreibt er, doch jetzt wird es Zeit, drastisch was am Leben zu ändern, die letzten Jahre habe ich in Deutschland nur überlebt, um meinen MMA-Traum nachzugehen, damit ist jetzt Schluss, ich werde mich sortieren, mich analysieren und dann mich wieder hochkämpfen, so wie schon immer in meinem Leben und dann kommt eine Dankesrede an diverse Sponsoren und Unterstützer, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, die letzten Jahre habe ich in Deutschland nur überlebt, um meinem MMA-Traum nachzugehen, damit ist jetzt Schluss, ich werde mich sortieren, mich analysieren und dann wieder zurückkämpfen, ich lese das so als ob er sich erstmal eine Auszeit nehmen will oder ob er keine Ahnung, sein Leben auch anderweitig ein bisschen gestalten will, also nicht nur für MMA leben und das irgendwie nur erzwingen, sondern halt auch anderen Dingen nachgehen und vielleicht ins richtige Mindset kommen, da nicht so verkopft rangehen, habe ich wie gesagt nicht ganz greifen können, aber ey, es ist ein Statement einen Tag nach der Niederlage, ich bin mir sicher, die Gedanken werden so ein bisschen strukturierter in den nächsten Wochen und Monaten, Heinrich Hempel sagt, du glaubst, er wandert nach Zypern aus, hatte ich auch beiläufig mitbekommen, dass er da irgendwie so ein bisschen bereits war und irgendwie Fuß gefasst hat, ich habe halt keine Ahnung, was es da für Trainingsbedingungen gibt, ob das ein schlauer Schritt ist, was weiß ich, aber vieles steht und fällt halt eben auch mit der Psyche und wenn es ihm da besser geht, dann perfekt. Ja, keine Ahnung mehr, weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, bittere Niederlage hat mir leid getan für den Kerl, aber so ist der Sport, ich meine, er hat diverse Male gewonnen, ganz plump gesagt, das ist eine 50-50-Chance, einer gewinnt, einer verliert, jedes Mal, wenn Niklas gewonnen hat, ging es dem anderen so dreckig wie ihm jetzt, wie gesagt, ein bisschen sehr plump runtergebrochen, aber ihr versteht, was ich meine, es muss einen Verlierer geben und ja, keine Ahnung, er wird sich zurückkämpfen, da bin ich mir irgendwie dann doch relativ sicher, wirkt für mich wie ein mental gefestigter Kerl, sicherlich hatte der, also er hat ja auch schon relativ offen über die Zeit nach dem UFC-Rauswurf gesprochen, dass er da auch, ja, psychisch in so ein paar Löcher gefallen ist und ein paar Krisen mentale hatte, gut möglich, dass die zurückkommen, aber er hat sich bereits bewiesen, dass er aus denen noch wieder rauskommen kann, das bereits geschafft zu haben, wird bestimmt auch erleichtern, das erneut zu packen und letztendlich war das Octagon-Debüt, das Comeback, so der erste Kampf nachdem er bei der UFC war, sehr, sehr stark, er hat sich in dem Kampf auch nicht schlecht verkauft, würde ich auf gar keinen Fall so sagen, auch wenn er sicherlich nur die Fehler sehen wird und nicht die Dinge, die er gut gemacht hat, ich glaube nach wie vor, dass Niklas das Zeug hat, im World-Tag-Welt aufzuräumen bei Octagon, klar, der Weg zum Titel ist jetzt länger geworden, aber auch lange Wege kann er noch gehen, im richtigen Alter dieses Ziel weiterhin zu erreichen ist er definitiv noch, wenn der Kelly jetzt 36 wäre, würde ich mich schon auch denken, ich weiß ja nicht, ob das noch was wird, aber so ist es nicht, von daher, Optimismus, ja, Popback gegen Kimball war dann auch ein sehr eindeutiges Ding, Popback sehr dominant, ich hatte fast das Gefühl, Kimball hat so ein bisschen aufgegeben, ja, Popback mehr in Bewegung, generell aktiver, arbeitet nach zwei Minuten für den Single Leg, wird zwar mit ein paar Händen bearbeitet, aber holt den Take Down, arbeitet durch den Full Mount, von da aus gibt Kimball den Rücken her und zieht einfach, ich glaube ohne, dass die erste Hand kommt, nur noch deckend die Hände vor den Kopf, wird da inaktiv gepoundet und das Ding ist vorbei, ich hatte das Gefühl, ab der Full Mount war für Kimball der Kampf auch schon vorbei, also zumindest nach außen wirkte es fast so. Er meint, die Pille war bittere als die UFC-Niederlage, ich hoffe, er kommt am 12.10. zurück. 12.10., ja, ich wollte gerade sagen, der sollte sich mal ein bisschen Zeit nehmen, aber das wäre doch ganz gut, halbes Jahr, passt, da sollten wir auch definitiv drüber sprechen, wäre jetzt auch wirklich der Moment, laut meinen Notizen, 12. Oktober, meinst du natürlich, Oktober 62, in einem Frankfurter Fußballstadion hieß es, also nehme ich an, es macht nur das, sind ehemalige Commerzbank Arena, ich glaube inzwischen heißt es Deutsche Bankpark, auf jeden Fall dem Stadion, Stadion von Eintracht Frankfurt, ähm, ich habe noch nie eine Hallenshow da gesehen, ich weiß, das Dach kann man zuziehen, ja doch, ich habe schon Fußballspiele gesehen, aber somit wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, unten auch bestuhlt und der Rasen ist weg und da steht jetzt plötzlich ein Cage und so, habe ich noch nie in irgendein Event gesehen oder ein Konzert oder so, obwohl ich eine Zeit lang als Security gearbeitet habe und dieses Stadion gut kenne, ähm, habe da diverse Fußballspiele auf jeden Fall gesehen, ähm, war auch nicht der Typ, der da irgendwie unten stand und, äh, mit dem Rücken zum Feld stand oder irgendwie Karten kontrolliert hat, sondern wir hatten da, also ich habe eine Firma gefunden oder wurde fast überredet, in dieser Firma zu arbeiten, in der man wirklich gefühlt bezahlt Fußball gucken konnte, war eigentlich eine gute Zeit, also ich kenne das Stadion auf jeden Fall ganz gut, ähm, kann es mir tatsächlich trotzdem nicht so richtig vorstellen, wie das sein wird, wenn das Ding, ähm, ja, zu einem, zu einem MME-Event umgebaut wird, aber ich bin mir sicher, Octagon wird es geil machen, ähm, für mich Pflichtprogramm und ich kann ja auch schon mal sagen, ähm, es wurde da nicht klar gesagt, aber Jungwirth hat es gespoilert, nach seinem eindeutigen Sieg, zu dem ich dann natürlich abschließend komme und ich glaube, dann starte ich wirklich bei dem Stream neu, mich stört es irgendwie dann doch ungemein, dass ich hier offenbar lagge, ähm, mal schauen, ob das, wenn die Verbindung neu aufgebaut wird, vielleicht besser wird, ähm, ja, Jungwirth meinte nach seinem Sieg, ähm, wir werden uns am 12. Oktober in Frankfurt sehen, wenn es heißt, Frankfurt gegen Stuttgart, Christian, wo bist du, ich freue mich schon, also, das war eine eindeutige Sache, der eigentlich mal für dieses Event bereits geplante Kampf, Jungwirth gegen Eckerlinde, wird wohl nachgeholt, am 12. Oktober in Frankfurt in einem Fußballstadion, im Deutsche Bankpark, heißt er glaube ich, auf jeden Fall im Stadion von Frankfurt, ähm, das wird groß natürlich und, ähm, ja, genauso groß war auf jeden Fall auch der Sieg von Jungwirth gegen Pukac. Ich muss sagen, komme jetzt rüber wie ein größerer Hater, als ich es eigentlich bin oder auch, als ich wirken will. Ich fand das Matchup so ein bisschen witzlos, keine Ahnung ganz, warum das angesetzt wurde, ich weiß auch fairerweise nicht, was Pukac so in letzter Zeit gerissen hat, aber sie haben eben, ja, kommt aus zwei Niederlagen, sie haben eben bereits mal gekämpft hier, auch im März 2022, vor zwei Jahren bereits und da hat er wirklich nach zwei Runden aufgegeben. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum er da das offenbar trotzdem von ihm, von Pukac geforderte Rematch auch wirklich bekommen hat. Ähm, letztendlich verliert er zweimal 50, 45 und einmal 49, 46 und das Überraschendste letztendlich war vermutlich, wie Jungwirth diesen Kampf angegangen ist, also ich habe jetzt auch mal ganz großmalerisch in den Stumpner geschrieben, Jungwirth 2.0 Fragezeichen, ähm, er hat sich jetzt nicht als anderer Kämpfer präsentiert, vor dem Hintergrund, dass er weiterhin motiviert nach vorne gelaufen ist, Cardio zu einer Waffe gemacht hat, seine, seinen, ja, aggressiven Druck durchgehend aufrechterhalten hat, und Leute, seinem Gegner, wie so oft, keine Möglichkeit gegeben hat, irgendwie durchzuatmen, aber was eben so viel anders war, war der ringerische Aspekt. Also Jungwirth hat offensiv sehr viel gerungen, was, glaube ich, niemand in der Form erwartet hätte, man hätte sich viel eher vorstellen können, dass vielleicht Pukac das als Sieg, ähm, Siegchance ansieht, als Weg zum Sieg und, ähm, ja, Christian hat auf jeden Fall ekelhaft an Cage mit seinem Schädel gearbeitet, was wirklich ausgestrahlt hat, dass er das regelmäßig geübt hat, das habe ich in der Form zumindest, ich bin jetzt auch niemand, der jeden Jungwirth-Kampf kennt, aber von denen, die ich gesehen habe, in der Intensität zumindest noch nicht gesehen, ähm, und das ist natürlich eine effektive Sache, ist ja quasi so ein dritter Arm, mit dem man den Gegner fixieren kann, gegebenenfalls Möglichkeiten, ähm, sich erarbeitet, mal mit einer anderen Hand zu pounden und was für mich auch nochmal wirklich gezeigt hat, dass Jungwirth auf jeden Fall am Ringen gearbeitet hat, waren Momente, in denen er defensiv gerungen hat, denn die Schuze von Pukac kamen ja unter anderem auch und Jungwirth hat wirklich immer reaktionsschnell, äh, schnell gesprawlt, die Position gut verteidigt und eben auch defensiv ringend wirklich, ähm, Fortschritte gezeigt, also ich fand er wirklich, der hat sich seit seiner letzten Niederlage gegen Pardio Logos, ähm, klar weiterentwickelt und das muss in sehr kurzer Zeit passiert sein, denn ich meine, wir erinnern uns natürlich an seine, seine Ellenbogenverletzung, mit der wird er das Ringen nicht trainiert haben, das wird wohl erst so richtig drin gewesen sein, ähm, als beide Arme wieder funktioniert haben und, ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ähm, in der Zeit, in der er da offenbar, ähm, aktiv sein konnte, hat er wirklich Fortschritte gemacht, ähm, ich glaube, das kann ein, also ist es vielleicht auch ein Zeichen davon, dass der Kerl noch nicht so lange Kampfsport betreibt, ich meine, die Story kennen ja die meisten Leute, wann hat der angefangen, ich weiß es alter nicht, aber später auf jeden Fall, ähm, das ist ja so eine Sache, die Design und Werdegang so außergewöhnlich macht und, ey, wie überall im Leben ist halt irgendwie auch so ein kleiner Erfolg im Kampfsport so ein bisschen nicht exponentiell, sondern gegenläufig, ich sag es immer genau so, ich muss mal wirklich das Wort dafür, dafür lernen, also du hast, machst zu Beginn, wenn du dir so einen Graph vorstellst, super schnell Fortschritte und ab da dann werden die Fortschritte halt so ein bisschen langsamer, also wenn ihr, keine Ahnung, den Weltklasse-Sprinter seht, Usain Bolt, der wird halt, obwohl er jeden verdammten Tag nur Sprinten trainiert und darauf vorbereitende Übungen macht, sich freuen, wenn er nach ein paar Monaten durchschnittlich ein paar Millisekunden schneller läuft, und das heißt natürlich, die Leute, und das macht es, finde ich, am deutlichsten, sind an so einer Lernerfolgskurve angekommen, wo dieser Fortschritt nur noch ganz flach ist, wo du genauso viel Arbeit reinhängen musst, du musst weiterhin jeden Tag trainieren, um minimale Fortschritte zu machen, weil du eben schon so ausgereift bist, aber Jungwirt ist halt jemand, der relativ jung im Kampfsport ist und bei dem ist vielleicht die Lernerfolgskurve wirklich noch eine steilere, ich hatte wirklich das Gefühl, der hat sich in sehr kurzer Zeit echt weiterentwickelt und umso runder der seinen Stil auf jeden Fall fahren kann, umso gefährlicher wird er natürlich, dieser mentale Aspekt und dieses Cardio wird immer eine Waffe bei ihm sein, definitiv, aber Hand aufs Herz, er ist nicht der technisch sauberste Striker, er ist genauso noch kein technisch extrem ausgefeilter Ringer, aber wenn er beides in seinem Game mit einspielen kann, werden natürlich sich Lücken in der genau anderen Disziplin ermöglichen, dieses klassische, Khabib hat im Stand häufig, obwohl er auch kein Ausnahmestriker war, ganz gute Hände gelandet, einfach weil die Leute Sorge vor seinem Take-Down haben und wenn Jungwirt ein gutes Ringen in seinem Game implementiert, kann ich mir gut vorstellen, dass der auf jeden Fall auch im Stand fortlaufend besser Leute treffen wird, zu dem natürlich auch Kämpfe einfach viel variabler angehen können wird, also in der Vergangenheit, sagen wir vor, im Jahr 2023, du bist ein Walter White, kämpfst gegen Christian Jungwirt, auf was stellst du dich ein? Naja, auf einen nach vorne laufenden Typen, der durchgehend Druck machen wird, versucht wird, im Infight mit mir zu boxen und, ja, mich in die Defensive zwängen wollen wird, aber, da kann man sich drauf vorbereiten, wenn Jungwirt jetzt plötzlich bewiesen hat, dass er den einen oder anderen Kerl auch ringerisch besiegen kann, wird er eben weniger ausrechenbar, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung und, hey, der Sieg war auf jeden Fall sehr eindeutiger, das wurde vorhin schon im Stream gesagt, den Kampf gibt es wohl auch gratis auf YouTube, kann man sich definitiv nochmal anschauen, ähm, ja, ich hätte den Kampf, glaube ich, auch 50-45 gewertet, ich kann dir mal kurz über meine abschließenden Worte ähm, drüber scrollen, ja, ich hätte ihm jede Runde gegeben auch, also, ich finde 50-45 vollkommen in Ordnung, das haben wir auch zwei Punkte Richter so gesehen, einer sagt 49-46, aber ist egal wie, es war ein sehr, sehr dominanter Sieg, Pukac hat kein Land, gesehen, was ich ein bisschen eigenartig fand und ich ihn ehrlich gesagt auch nicht so richtig abnehme, Jungbert sagt danach, gestern habe ich erst erfahren, dass ich fünf Runden kämpfe, das sollte mir erst mal einer nachmachen, deshalb mussten wir den Gameplan umstellen, erst dadurch haben wir Ringen und Klinschen mit eingebracht, ähm, fand ich eine ganz komische, ähm, komische Aussage, also, der Main Event, gibt es bei Octagon Main Events, wenn die nicht um den Titel gehen, die einfach drei Runden gehen, wäre ja vollkommen okay, an sich kann man sich darüber streiten, ähm, warum sollen sich denn die Spielregeln ändern, nur weil du der letzte Kampf am Abend bist, so, also okay, Titelkämpfe immer fünf Runden von mir aus, aber auch das, wenn man es mal so ein bisschen abstrakter betrachtet, komisch, also warum sollte ein Fußballfeld im Champions-League-Finale plötzlich größer sein oder statt 90 Minuten festgelegt 150 gespielt werden, also das ist ja eigentlich sehr, sehr unüblich, aber okay, das ist eine klare Regel, Titelkämpfe fünf Runden, aber worum es Main Events auch sind, ist eigentlich eine bisschen komische Sache, ähm, wie auch immer, kann ja sein, dass es bei Octagon, Henry Schämpel schreibt, ja, okay, bei Octagon gibt es es teilweise, dass es da auch ein Main Event drei Runden läuft, finde ich vollkommen fair, vollkommen in Ordnung, Jungwirth sagt, er hat gestern erst erfahren, dass er fünf Runden kämpft, vielleicht ist ja wirklich was dran, ich habe auf jeden Fall erst ein bisschen stutzig vor dem PC gesessen und was ich ihm zumindest nicht abnehme, ist, dass er erst dadurch gesagt hat, okay, wir werden auch ringen und klinchen, also ich hatte schon das Gefühl, das ist eine Sache, auf die die sich krass vorbereitet haben, ähm, aber naja, wie auch immer, ich fand es gut, ich fand es interessant und, ähm, eine positive Entwicklung ist, dass er sich ringerecht da so weiterentwickelt hat, als nächstes werden wir ihn in Frankfurt sehen am 12. Oktober, ähm, der Kampf gegen Eckelin wird natürlich riesig, ich glaube, stilistisch, werden das die beiden Welterweights sein, die fortlaufend bei Oktarone im Titelgeschehen mitspielen oder den auch sogar holen, ich persönlich glaube, nein, wird es ein absoluter Kracher, höchstwahrscheinlich und stilistisch werden, wird es, wird es einfach, glaube ich, gut aufeinander, zueinander passen, Eckelin gegen Jungwirth wird höchstwahrscheinlich eine Ballerei, ähm, das wird Frankfurt auf jeden Fall Spaß machen und ich glaube, auch Jungwirth wird da rauslaufen in Frankfurt und wird nicht ausgefiffen und wird auch bejubelt und da wird, glaube ich, einfach der Großteil der Zuschauer sagen, ich finde beide geil, Hammer, guter Kampf, das wird, das wird, ähm, große Show definitiv und ich bin da sehr gespannt, wer da noch so auf dieser Karte kämpfen wird, also Pütz sollte klar sein, ähm, Dallester höchstwahrscheinlich, aber vielleicht ja auch ein paar Frankfurter Gesichter, die man bisher noch nicht bei Oktawan gesehen hat, wer weiß.